Ja, hallo Freunde. Ich versuche mich ja als Fußgänger durch die Stadt durchzuschlagen. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wo ich bin, aber ich habe da monstens Fragen, wenn ich was wissen will. Oder ihr könnt auch ein Tatschen nehmen. Aber ich finde das immer ganz toll, durch die Straße zu laufen. Und das Leben hier so selbst anzugucken. Ja, und nicht, dass es euch wundert, für den offiziellen Termin heute im Jahr für den Bundesministerium habe ich mir natürlich ein bisschen was Schickeres angezogen. Aber gut, ich halte was nichts zum Umziehen und jetzt laufe ich so durch die Gegend, bevor ich jetzt mit dem Fahrzeug umfahre. Also ich werde mal sehen, wie ich das hier zurecht kippe. Und ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Ich werde auch nichts bequatschen. Ihr seht es ja selber. Das ist wahnsinnig toll, dass ich einen hier immer ständig für Ausblicke höre. Da sind die Berge. Oh, hier ist was Süßes. Also da werde ich jetzt gleich mal reinkehren und mir noch einen Kaffee dazu holen. Gehubt wird hier überall ganz schön kräftig. Ihr hört es. Ich hoffe, ihr hört meine Stimme eigentlich. Ja gut, ich habe ja eh bloß Blödsinn. So, die Straße bin ich vorhin langgekommen. Ja, stimmt. Also zumindest mit dem Tag schießen. Okay, also ich gehe jetzt zurück zur Bäckerei und werde mal sehen, was ich da leckeres reinschaufeln kann. Okay, bis dahin. Liebe Grüße aus Damaskus. Ja.